Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei unserem Samsung Fernseher den Sleep Timer einstellen können. Also wie wir einstellen können, nach welcher Zeit sich unser Fernseher automatisch ausschalten soll, wenn wir eben nichts mehr machen. Ja, das Gute ist, das funktioniert so bei wirklich allen Modellen von Samsung. Ich habe jetzt selber ein älteres OLED Modell, aber auch wenn ihr einen etwas neueren Smart TV habt, dann funktioniert das da genauso. Als erstes schalten wir unseren Fernseher natürlich einmal ein, dann hier bei den älteren Modellen habt ihr auf eurer Fernbedienung die Menü-Taste, da klicken wir einmal drauf. Bei den neuen Smart TVs gibt es eben einfach diese Home-Taste, dann klickt ihr einmal da drauf und dann habt ihr ganz unten links in der Ecke den Punkt Einstellungen, auch da geht ihr dann einmal drauf. Und dann landen wir alle auf jeden Fall hier in diesem Menü mit den Einstellungen. Hier gehen wir dann ein bisschen runter zu dem Punkt System und da haben wir dann wieder den Unterpunkt Zeit, auch da klicken wir einmal drauf. Und dann haben wir hier den Sleep-Timer. Ihr seht, ich habe den gerade komplett deaktiviert, das können wir natürlich auch machen. Ansonsten haben wir hier verschiedene Optionen, 30 Minuten, 60 Minuten, 90, 120, 150 und 180 Minuten. Bedeutet, wenn wir den eben einschalten, beispielsweise auf eine Stunde und ich würde dann jetzt für eine Stunde nichts mehr machen, dann schaltet sich mein Fernseher eben automatisch aus. Beziehungsweise ich glaube, da kommt dann vorher nochmal so eine kleine Nachfrage, wo man dann eben nochmal eine Minute Zeit hat, irgendeinen Knopf zu drücken. Und ansonsten schaltet sich der Fernseher eben, wie gesagt, automatisch aus. Wir können den Sleep-Timer aber auch einfach deaktivieren und dann bleibt unser Fernseher sozusagen immer an, es sei denn, wir schalten den eben manuell aus. Ja, falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über den Like freuen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir das gerne einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!